Hallo, ganz kurz zu meiner Person. Ich bin der Winkler Charlie aus Nickelsdorf, Sektionsleiter, Stellvertreter der Sektion Perksport und die werde ich jetzt ganz kurz was ich über unsere Kletterhalle erzählen muss. 2015 wurde die Volksschule Nickelsdorf umgebaut. Durch die Errichtung eines neuen Turnsolls hat sich die Möglichkeit ergeben, keine Kletterhalle zu sehen. Das wurde dann auch gemacht und die Kletterhalle ist wirklich toll geworden, wie man da auf die Videos sieht und auf die Bilder. Sie wird da super genutzt. Es ist zwar nicht groß, 8 Meter hoch, aber reicht vollkommen aus für unser Dorf. Wir veranstalten auch immer wieder Kletterhalle für Kinder und für Erwachsene. Einige Mal im Jahr. Die werden wirklich super umgenommen. Es kommen viele Kinder, die man auch hat. Man kann da viel lernen. Aber auch um die Kletterhalle selber zu nutzen, haben wir wirklich ein tolles System ausgeklügelt. Man kann sich bei der Gemeinde melden, über die Sportunion einen Chip organisieren, um die Tür zu öffnen. Aber dass man überhaupt nicht so weit kommt, muss man zuerst eine Unterweisung machen bei uns, bei der Sektion Berksport.